. Frischa. Hallo Sven. Heute hast du die Jobdusche. Ja, natürlich. Jetzt zeigt er, wie es bei mir läuft auf der Baustelle. Ja, ich fühle mich wohl. Das kann ich zerreissen. Also Tristan, das ist ein Abbruchroboter. Mit dem kann man Beton spitzen und Beton beissen. Ich zeige dir jetzt mal, wie das funktioniert. Und dann übergebe ich dir die Fernbedienung. Ja, bist du sicher? Ich hoffe es. Gott, Friedli. Wie hast du den hier? Hast du mir den? Ist gut. Ich zeige dir jetzt mal, wie es funktioniert. Ich übergebe dir jetzt mal das gute Stück. Ich hoffe, du machst keine Ferne. Ich hoffe, du machst keine Ferne. Ja genau. Auf und runter. Du bist ein bisschen nervös? Ist gut? Ja. Jetzt geht die Ferne in den Boden rein. Ein optimaler Spitzbind bekommst du eigentlich, wenn der Arm rund ist. Also genau so, wie ich es nicht mitgemacht habe. Gar nicht so schlecht. Der ist viel zu gross geschnitten. Du hast es gespetzt. Ja, gespetzt. Nein. Ja, nein. Ist ja schon nervös, wenn ich da komme. Hauf, hoch, hoch. Nein, bleib mal nicht. Warte mal! Jetzt können sie dann noch runter, gell? Ich spüre es. Ja. Also Tristan. Das war super. Du hast einen guten Job gemacht. Du kannst am Ende anfangen, wenn du willst. Ja, es ist lieb, es ist lieb. Aber der Job ist noch nicht fertig. Und zwar erwarte ich dir jetzt auf mich. Und dann kannst du mir zeigen, was du dort bringen kannst. Du musst bereit sein. Okay. Okay. Let's go. Let's go. So, jetzt kommt noch zum Abschluss eine Höhle mal. Ein, zwei. Grundlinien. Blaue zurück. Rote zurück. Weite blaue zurück. Grundlinien hängen. Und bis zum Schluss durchziehen. Das macht ein bisschen Spaß. Ja. 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 Das war ein bisschen besser. Aber du hast mitgemacht. Und ich glaube, eine gute Dusche hast du verdient. Danke. Und in einer Stunde geht es wieder los. Gut. Schön. Danke. 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 Danke.